Hallo meine Lieben, auch heute habe ich euch wieder etwas mitgebracht. Und zwar einen sehr, sehr leichten Titel, wo alle mitmachen können. Dieser Titel heißt Kantar. Wer öfters zu mir zu Zumba kommt, der kennt ihn wahrscheinlich. Habt Spaß damit. Vielen Dank. Und das ist es, es ist es, es ist es, es ist es, es es es, es es. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017